Freunde, ihr könnt euch vielleicht noch erinnern an das Statement von Chef Strobel. Chef Strobel hat nämlich einiges an Hate abbekommen in den letzten zwei, drei Jahren. Angeblich auch ein bisschen was von der Seite von Trimax, weil Trimax ihn angeblich so, habe ich aus dem Chat gelesen, weil Trimax ihn so ein bisschen so zum Meme gemacht hat und so weiter und so fort. Und Trimax hat jetzt darauf reagiert und ich sehe schon, die Bewertung ist kritischer Hase. Erster Stream. Aber nichts gegen Trimax. Ich kenne mich in der Situation nicht so exakt aus. Viele Leute haben eben geschrieben, dass Trimax Chef Strobel so ein bisschen zu einem Meme gemacht hat und dass halt dadurch immer wieder Leute zu Chef Strobel rübergegangen sind und ihn halt gehatet haben, weil es halt lustig ist. Ach, Seven vs. Wild. Und wir gehen direkt rein. Chef Strobel hat ein Video gemacht. 200.000 Aufrufe. Wir müssen mal reden. Die ganze Zeit sagt, wir sollen es uns anschauen. Das machen wir rein. Jo Leute, was geht? Chef Strobel ist hier am Start mit der neuen Video. Und wir haben es jetzt 4.11 Uhr. Ich hatte gerade noch echt, echt lange gestreamt. Schon lange nicht mehr. Klassische Aufnehmzeit. Wir hatten auch echt, echt gute Talks und hatten auch echt krasse Real Talks eigentlich und haben über vieles geredet, über das Leben, Ziele und auch so, was es halt abgeht. Auch im Influencer-Bereich, Social Media und was so mit mir jetzt ist. Ja, die Leute, die mich vielleicht nicht kennen oder es nicht mitbekommen haben. Ich habe jetzt ja meinen Bachelor und Master. Und ja, streamläufig. Hat sich, by the way, also nachdem wir das Video gesehen haben, haben wir ihn auch geradet und so. Das war mega nice. Und ich glaube, er hat dann sogar nochmal ein Update-Video gemacht. Lass mich mal ganz kurz schauen. Er hat ein Update-Video gemacht. Jeff Strobel. Wo er meinte... Wann war denn das? Wir müssen reden. Genau, einfach nur danke. Aber das war ja dann das nächste Video. Wo er dann meinte so, yo, das ist halt quasi... Dass er wirklich viel positives Feedback und sowas bekommen hat und dass jetzt... Dass er drüber froh ist, dass die Leute das halt ernst genommen haben, was er gesagt hat. Also das ist auch eine gute Sache. Sehr gut. Zum Glück noch. Man weiß ja nicht, was in der Zukunft ist. Erst mal abgesichert. Vielleicht habe ich ja immer keinen Bock mehr auf den Scheiß. Das läuft ja nicht mehr. Geil mal schneller passieren, als man denkt. Jedoch waren heute, glaube ich, noch ein paar coole Talks dabei. Und ich weiß gar nicht, ob ich hier auch alles so reproduzieren kann. Aber es ging eigentlich einfach so um die Sache, die vielleicht manchen Leuten aufgefallen ist oder vielen aufgefallen ist im Sinne von einfach diesen stumpfen Hate oder einfach dieses sinnlose Gehate mir gegenüber. Mir ist es jetzt halt aufgefallen, in den letzten Monaten, jetzt vor allem in den letzten Wochen vermehrt, dass es viele Leute gibt, die mich leider aus Prinzip hassen oder auf irgendein Zug aufspringen. Einfach, weil es witzig ist, Jeff Strobel zu hassen oder diesen Namen. Gleiches Thema wie bei Revi, ne? Egal, wo der auf großen Events ausgebucht wurde. Wo die Leute teilweise den Streamer gar nicht kennen oder den Content oder irgendwas und den dann einfach wirklich hassen. Wirklich. Kontext damit zu benutzen. Ja, wie ist das mit Revi? Es hat vorhin ja auch einer reingeschrieben, ich hasse Revi. Also was hat Revi halt für real so gemacht? Kann sein, dass er was gemacht hat. Ich weiß es nicht. Wenn er mir negativ behaftet ist und schlecht ist, obwohl ich in sich kein schlechter Mensch bin. Ich würde sagen sogar, dass ich, denke ich, das Herz im rechten Fleck habe und Leuten versuche zu helfen mit Streamen und die versuche, wieder zu sein in den dunkelsten Zeiten oder wenn es ihnen gar nicht gut geht. Und ich immer ein offenes Ohr habe, egal, wer in den Stream kommt, egal, wer da ist. Weil ich habe öfter das Gefühl, dass es halt so ein paar Leute gibt, wo egal, über wen du redest, da sagen Leute einfach, jo, ich hasse den. Das ist bei Tobias Huch so, das ist bei TJ so, das ist bei Revi so. Bei TJ und Tobias Huch, da weiß ich ja auch, worum es geht. Aber bei Revi, Revi polarisiert halt, obwohl ich ihn ganz gern mag. Ah, okay. Finde Revi an sich unsympathisch, aber hasse ihn nicht. Hab nur oft das Gefühl, dass er sich nur an Hype-Personen hochziehen möchte. Okay. Revi ist so ein bisschen laut. Ja gut, das bin ich auf dem Hauptkanal auch. Na, das kann sein. Ich bin nicht, also ich verfolge Revi überhaupt nicht. Und ich weiß, ich kann auch manchmal eklig sein, das hatten wir vorhin im Stream und dadurch kenne ich da die meisten Leute mal durch Valorant, durch Rages, dass Leute natürlich immer nur die schlechten Seiten von mir hochladen, die mir halt nichts Gutes wollen. Wer wird noch einfach so das Prinzip geatet? Und immer die guten Seiten, wo es viel Spaß macht, viel witzig ist. Ich auch gute Shots treffe, Valorant, immer noch die Whiffs. Das ist immer noch so eine Sache. Tobi Huchenstein, ja, sorry. einfach nur 99 Prozent auch ich negative Kommentare. Sei es jetzt TikTok oder Twitter oder andere Sachen. Oder auch, wenn leider Streamer-Kollegen auf Sachen reagieren. Und zwar... Alpha Kevin? Meinst du wirklich? Also Alpha Kevin kriegt schon oft Hate, ist aber auch irgendwie nachvollziehbar. Er ist ein Meinungsblogger und so. Vic? Vic ist actually ein guter Call. Vic ist actually ein guter Call. Ich habe auch mal ein Video zu Vic gemacht, wo ich irgendwie gemeint habe, so, yo, irgendwie ist es unnötig, dass man Vic hatet auf... Also, auf der Begründung von den Sachen, wofür gehatet wird. Weil da gab es mal was. Er hatte... Also Vic aka Alplali, für die Leute, die nicht wissen, über wen ich rede. Er hat einmal mit einer geschrieben auf Tinder oder so und die war 18. Und... 18 oder sogar 19. Ich bin mir gar nicht sicher. Und Leute haben irgendwie daraus gemacht, ja, aber halt auch ganz normal geschrieben. Nicht mal irgendwie so auf Flirtations oder so. Auch wenn er das halt könnte, wird, die ist fucking erwachsen so. Und da haben dann Leute irgendwie so geschrieben, so, yo, Vic ist voll der Groomer und so und Vic steht da auf Jüngere und irgendwie, keine Ahnung was, das ist voll... Das war das Dümmste ever. Ich weiß nicht mehr, was da genau war, aber das war einfach so richtig so, aha, Vic hat eine normale Konversation mit einem erwachsenen Menschen gehabt. Vic ist gleich Groomer. Solche losten Menschen. Und manche Witze sind auch sehr witzig. Wenn man es euch so vorstellen, wenn viele große Streamer Witze würde ich machen, dann nehme ich das mit Leuten für sehr krass voll, weil da sind dann Zuschauer 20, 30.000, 40.000 Leute live, über 100, 200, 300, 500.000 bei Sata Hugo oder hungriger Hugo und nehme das dann leider super für voll. Und ja, das finde ich immer so ein bisschen schade, dass dann in dem Kontext mein Name so schlecht gemacht wird und ich so viel krassen Hate kassiere, auch wirklich für Aussagen, die banal sind, wie diese Ultra-Thematik, die ich mir auch öfter entschuldigt hatte und alle auf so einen Zug mit raufgehen und ja, komm, das ist halt Jeff Strobel, den kann man beleidigen. Achim, danke dir. Das ist halt Ultra-Loss, das ist auch bei, keine Ahnung, wir machen auch viele Scherze auf Rumatra, auf Jeff Strobel oder auf Sebo, dass er so alt ist, so halt unter Freunden. Die Zuschauer, oder viele Zuschauer übernehmen das dann halt. Keine Ahnung, wir sind mit 50 jemandem unterwegs, der macht mit jedem ein Foto und dann so, willst du auch ein Foto mit Jeff Strobel? Ja, nee, nicht mit Jeff Strobel. Das ist doch mal ein Unterschied, ob man das im Freundeskreis macht oder ob man die Person halt überhaupt gar nicht kennt, ne? Kann man dumm anmachen. Und halt guter, ja? Ihr dürft der Rest nicht. Ja, ja, das stimmt. Das stimmt. Guter Punkt, guter Punkt. Ich mache auch öfter mal mich so über Alpha Kevin oder sowas lustig, ne? Über Alpaka Kevin. Macht er ja genauso. Ich glaube, bei uns merkt man aber, und das machen wir halt auch im Real Life so, wir haben uns auf der Gamescom gesehen und halt die ganze so, was der angeeckt und sowas. Du merkst halt bei uns, dass es halt Spaß ist. Ich weiß nicht, wie das bei der Beziehung zwischen Jeff Strobel und Trimax ist, aber wenn das zu ernst rüberkommt, dann kann das zum Problem führen, ne? Weil zum Beispiel, ich denke jetzt, er, also er sieht das hier ein, was Jeff Strobel sagt und ich denke, er wird halt bei der Reaction halt Zuspruch geben, aber kriegt dennoch Hate, weil ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass er nicht einsehen wird, dass er so Teil des Problems ist, wie ich das verstanden habe. Ich weiß nicht, ob Trimax jetzt wirklich so das Problem ist oder so, aber ein bisschen mehr Message von Max wäre gut gewesen. Max ist Trimax. Schließlich hat er einen großen Anteil daran, wie es sich entwickelt hat bei Chef. Hätte mir das als Freund, hätte mir als Freund mehr aufkleinende Worte gewünscht. Max sollte mehr Verantwortung sagen. Ja genau, das meinte ich. Das meinte ich. Ich glaube, er wird jetzt einfach nur Zuspruch geben und wird sagen, naja, die Zuschauer sollten das nicht so ernst nehmen. Dies, das. Also wenn ich jetzt merken würde, ja, keine Ahnung, Alpha Kevin wird jetzt for real gehatet, weil ich irgendwie was Blödes gesagt habe oder so, dann würde ich da schon sagen so, yo Leute, macht das nicht, dies, das und dann würde ich da auch zwei, drei Schritte zurückfahren, weil das ist ja auch einfach nicht der Sinn. Du machst es ja auch über deinen Kollegen lustig, so über deinen besten Freund oder sowas. Ich finde Trimax hackt oft auf anderen rum, zum Beispiel Romatra und so. Das kann sein, wie gesagt, ich bin halt nicht in der Bubble drin. Also ich persönlich empfinde Trimax als eine sympathische Person, aber das eben als Außenstehender. Wahrscheinlich ist er ja auch, also ich kann es euch nicht sagen, ich kann es euch nicht sagen. Nie so den Menschen, also mich, ich sehe immer nur das Gute in den Menschen. Außer in Alpha Kevin, der ist ein Ohrschlachspann. ein Prall in einem Alpha, weil die 100erste tut er dann schon doch irgendwo weh. Weil im Endeffekt bin ich ja auch nur ein Mensch und niemand, der irgendjemand was getan hat oder irgendjemand was schlechtes. Ich habe ja nicht, weil ich setze mich ja nicht hier zum Stream hin und denke mir, ja, ich will die Leute abfacken oder ich will Leute nerven oder ich möchte Menschen etwas Schlechtes. Nee, ich setze mich hier hin, weil ich Leuten weiterbringen will, im Zocken, im Leben, die ermutigen will, auch zu studieren, Ausbildung zu machen, was auch in ihrem Leben zu machen und ihre Träume festzuhalten. Und auch wenn es wie bei mir Leute gibt, die sagen, ja, du kannst nichts, du bist das, du bist boosted, du bist schlecht, du bist ja nur ein Sidekick. Einfach daran weiterzumachen und leider zu glauben, weil ich glaube, ich werde das Image auch nicht mehr los. Das ist auch ein bisschen schade, aber ich meine, ich habe jetzt die letzten zwei Jahre im Tramix gar nicht mehr so viel gemacht und habe immer noch dieses Sidekick-Image, obwohl ich eigentlich super viel Valorant stream. Ich will so sehr mit Chef Strubel alle Games zocken, aber der ist so Valorant-süchtig. Da kommt ein neues Game raus, dann spielt er 60 Minuten mit und geht wieder zurück in Valorant. Ich will seit zwei Jahren mit ihm zocken. Immer mit Max. Wenn ich überhaupt auf Events was mache oder wenn er mich mal fragt für ein Placement, aber sonst mache ich ja nichts mehr für ihn und dann siehst du trotzdem mal überall so Kommentare, die dich halt einfach komplett wegfragen und wegbeleidigen, ohne Sinn. Ohne Sinn leider. Und ja, ich würde einfach cool finden, wenn die Leute oder Leute, die das vielleicht jetzt sehen oder vielleicht auch mal geschickt bekommen, vielleicht von irgendjemand, die vielleicht überhaupt bis hierhin geschaut haben, wenn sie überhaupt Bock haben auf so einen Talk. Sie können gerne mal in meinen Stream kommen, sich ein eigenes Bild über mich machen, ein bisschen mit mir reden. Das dauert vielleicht 10 Minuten, 15 Minuten. Und wenn man mich dann immer noch uncool findet, dann ist das okay. Also ich meine, du musst mir ja auch nicht folgen. Du musst mich ja auch nicht mögen, du musst mich auch nicht feiern. Aber ich denke, dass sehr, sehr viele Leute ein falsches Bild vor mir haben. Es ist eigentlich interessant, dass das wirklich, ich meine, es ist ein komplett genuine Real Talk und so, aber ich hatte damals die Befürchtung, wie wir darauf reagiert haben, dass das irgendwie nach hinten losgeht und dass das irgendwie für noch mehr Hate sorgen wird, weil dann Leute hergehen und sagen, haha, schau mal, immer wenn ich irgendwelche Hate-Kommentare an Chef Strobel schicke, dann zieht das auch und dann merkt er das auch und dann haben sie quasi diese Bestätigung, weil das ist halt das, was du den Leuten niemals geben darfst, diese Bestätigung, dass das, was sie schreiben und was sie machen und dieses Pisacken und sowas, dass das halt bei dir ankommt und natürlich kommt es bei dir an, natürlich kommt es bei dir, ich kann es komplett nachvollziehen, dass er diesen Real Talk gemacht hat, aber ich hatte halt trotzdem kurz so den Gedanken und das hatte er wahrscheinlich auch, dass das halt einfach eventuell nach hinten losgehen könnte, aber ich bin natürlich extrem froh, dass das halt nicht ist, ne, nur Liebe verteilen, 100 Prozent, auch bitte jetzt kein Hate oder sowas an Trimax oder sonst was, das ist eine Sache zwischen den beiden und wenn Trimax da jetzt irgendwie dafür verantwortlich ist oder so, wie das halt jetzt, keine Ahnung, mein Chat letztes Mal oder halt ein paar Leute hier in den Kommentaren schreiben, dann hab nicht ich das zu entscheiden oder so, weil ich bin halt eben nicht wirklich drin in der Situation, ne, aber ich schreibe halt doch mehrere Leute, muss echt sagen, bin enttäuscht von dir, Trimax, dass du nicht mal einsiehst, dass du den großen Beitrag dazu geleistet hast, dass es dazu kommt. Wer ich überhaupt bin, was ich überhaupt mache, vor was ich überhaupt einstehe und viele Leute durch Social Media, durch Clips, die gefarmt werden, 10 Sekunden aus dem Kontext gerissen, 30 Sekunden da aus dem Kontext gerissen, im Zusammenschnitt aus welchen Highlights beiseite der Hungriger Hugo und dann in welchen Reactions und in welchen Streamern die halt eine große Reichweite da haben und dann einfach alles so das Lächerliche ziehen, das würde ich mir schon wünschen, dass dann vielleicht da ein paar Leute in meinen Stream kommen. Aber er liest ja auch den Chat, also hier schaut er wahrscheinlich gerade auf den Monitor und hier hat er wahrscheinlich den zweiten Monitor und da werden ihm ja Leute reinschreiben, so yo, Trimax, du bist doch irgendwie dafür verantwortlich oder nicht? Ich kann ein bisschen mit mir und meiner Person auseinandersetzen und dann denke ich, wäre cool, wenn der Chat eingeblendet wäre. dass ich nicht die Person bin, die viele denken, dass ich sie bin. Sei es auf TikTok, sei es auf Twitter, sei es auf YouTube oder sei es auf Twitch. Wie gesagt, ich kann manchmal eine egelige Person sein, wenn die Rates kommen und Bailerand, aber die dauern dann zwei, drei Minuten und dann ist es auch wieder gut. Das gehört halt einfach zu mir, so wie, keine Ahnung, andere Sachen zu anderen Streamern. Jeder hat irgendwie so seine Macken, seine Ecken und Kanten, aber ich glaube, kein Mensch ist perfekt, genauso wenig wie du es bist, der hier gerade zuschaut. Das war mir noch, glaube ich, ein bisschen auf der Seele gelegen. Könnte man oder kann ja vielleicht derjenigen oder der, der das sieht, gerne weitergeben an die Personen, die vielleicht irgendwie mich gar nicht mögen, aber noch nie vielleicht was von mir gesehen haben, außer irgendwelche weirden Clips, würde ich mich sehr freuen. Und ansonsten, wie gesagt, bleibt gesund. Auch die Person, die das vielleicht hoffentlich bis zum Ende geschaut hat und sich vielleicht auch ein bisschen Gedanken gemacht hat darüber, würde ich mich, wie gesagt, freuen. Okay, das komplettes Fazit? Bleibt gesund und dann sehen wir uns hoffentlich in einem Stream oder im nächsten Video. Sehr gutes Video, dass er da mal einen Realtalk gemacht hat, weil es dann zu viel war von den Zuschauern. Es ist gut, dass er sich angesprochen hat und auch da einmal an alle die Community oder die Leute, die das React sehen. Es ist ein Unterschied, ob man sich das unter Freunden lustig macht. Ich mache das wahnsinnig gerne mit allen, sei es das, ob wir mit Hanky zocken, mit Reapers, mit G-Time, ganz, also ganz objektiv würde ich sogar sagen, Romatra bekommt von mir mit Abstand am meisten ab. Alles Mögliche. Oder Sebo, also das, wenn man sehr gut befreundet ist, kann man das machen. Es ist, ich habe viele Leute vermisst da draußen, auch bei Sam vs. White und es war auch ganz toll. Jeff Strubel mit dabei, da musst du, Martra und ich auch lachen. Versteht ihr? Also, auch wenn ich jetzt Jeff Strubel, dass da so viel beim Fußballprojekt dabei ist, feiere ich Ultra. Wenn ich den auf Events sehe oder sonst wo, ist das immer geil. Er zockt einfach unglaublich viel Valorans, also würden wir viel mehr zusammen zocken. Aber, ja, es ist ein Unterschied, ob man sich unter Streamern gegenseitig eine reindrückt oder ob das die Zuschauer unter jedem fucking Video in den Kommentaren machen. Ja, er hat natürlich recht. Was willst du denn da sagen? Was willst du denn da sagen? Also, wenn er da wirklich einen Anteil dran hat. Es ist halt auch die Frage, ob das irgendwie zwischen ihnen privat irgendwie schon mal so als Thema aufgekommen ist und er irgendwie gesagt hat, yo, oder, oder wie gesagt, halt, wenn Trimax ja auch merkt, weil irgendwie muss es ja auch mal gemerkt haben oder so, dass Chef Strubel da viel Hate abkommt, so, dann wäre es halt irgendwie schon angebracht gewesen, da entweder einen Schritt zurück zu machen oder dann halt eben im Nachhinein zu sagen, so, oder jetzt eben hier bei der Gelegenheit zu sagen, so, yo, das war vielleicht ein bisschen zu viel von mir. Aber wie gesagt, ich sage das hier einfach nur aus der Perspektive von den Kommentaren unter dem Video und von dem, was beim letzten Mal der Chat gesagt hat, weil ich bin da nicht so gut drinnen in der Situation, aber es ist halt irgendwo schade, weil einer bekommt hier unnötig Hate ab und es kommt halt nicht von irgendwo, aber jetzt auch null Hate an Trimax oder sonst was, wie gesagt, Hauptsache, Chef Strubel kommt halt dann jetzt irgendwie davon weg, von diesem Image, von wegen so, ja, hier einfach nur auf Chef Strubel so draufhauen und sowas. Das wäre cool, wenn Trimax dann oder auch andere Leute in Zukunft vielleicht ein bisschen den Gang runterschalten würde. No?